Das ist aufregen! Okay, Jaco, benehm dich an. Was geht ab, ihr kleinen Scheißer? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich möchte euch nicht lange stören. Ich weiß, dass Menschen Ankündigungsvideos hassen. Deswegen halte ich mich ganz, ganz kurz. Aber ihr habt gesagt, ihr möchtet Bescheid bekommen, wenn es soweit ist. Jaco Wusch, ich habe einen Podcast gestartet. Er heißt Sprachnachrichten von Jaco. Erzähl euch Geschichten aus meinem Leben. Dinge, die mich glücklicher gemacht haben. Gedanken, die mein Leben schöner gemacht haben. Dinge, die mich zu einem fröhlicheren Mensch gemacht haben. Und mal gucken, wo das hinführt. Ich weiß es nicht. Aber so viele von euch haben es sich gewünscht. Und dass ich euch Bescheid sagen wollte. Wenn ihr ihn euch anhören wollt, es gibt ihn auf YouTube, Soundcloud, iTunes. Spotify weiß ich nicht. Müsst ihr mal unten jetzt in die Infobox gucken. Sobald ich es hinbekommen habe mit Spotify, wird es auch das sein. Falls ihr den Link in der Infobox noch nicht findet, habe ich es noch nicht hinbekommen. Ich höre jetzt auf, euch zu nerven. Ihr seid süß, ihr seid klein. Now you know. Ciao. Kakao.